pretty nail shop jedes mal ein päckchen glück herzlich willkommen beim pretty nail shop 24 mein name ist anna und heute möchte ich dir zeigen wie du mit den juli fien fimos ein traumhaft schönes nagel design gestalten kannst jede fimo stange wird von künstlerinnen hand gefertigt und ist ein absolutes unikat die fimos gibt es in vielen verschiedenen designs du kannst unter anderem zwischen früchten tiermotiven und blumen wählen ich zeige dir jetzt wie spielend leicht sich die fimos in der nail design einarbeiten lassen zuerst erstellst du wie gewohnt deine modellage trage einen dehydrator auf und lasse ihn kurz an der luft trocknen anschließend pinselst du auf den naturnagelbereich ein primer auf und lässt ihn ebenfalls trocknen als basis für dein design trägst du das grundiergel auf den gesamten nagel auf und lässt es für zwei minuten im uv gerät aushärten mit dem konat sponge tupfst du das farbgel sugared red bis zum hinteren nagel auslaufend auf circa ein viertel vom nagelrand bleibt dabei frei das illusion glitter 2 red bringst du mit dem fächerpinsel schräg verlaufend in das noch feuchte gel ein anschließend wieder zwei minuten aushärten lassen mit der fimo spezialklinge schneidest du deine fimos in hauchdünne scheiben für unser motiv haben wir die fimo fruities juicy orange und fresh lemon ausgesucht jetzt trägst du eine dünne schicht aufbaugel auf und legst die fimo fruities in das feuchte gel wenn die fimos an der gewünschten position sind wird das gel ausgehärtet deinen aufbau modellierst du nun mit fiberglas gel nachdem das gel getrocknet ist falls du deine modellage in form und raus sie mit einem buffer vorsichtig an verziere dein motiv mit der malfarbe grün indem du noch einige blätter und pünktchen malst die malfarbe trocknet sehr schnell an der luft versiegel jetzt deinem design mit einem versiegelungs gel und lass es ein letztes mal zwei minuten aushärten den optimalen glanz und die perfekte pflege bekommst du wenn du dein kunstwerk mit dem topgloss abschluss cleaner ab clean hast die gestaltungsmöglichkeiten mit fimos sind sehr vielseitig und deine ideen sind keine grenzen gesetzt jeder nagel bekommt ein einzigartiges design ich hoffe dass die unsere anregungen gefallen haben eine übersicht unserer fimo motive und hilfsmittel bekommst du in unserem online shop viel spaß beim stöbern und ausprobieren wünscht dir deine anna